Liegst du jetzt quasi deine Adresse? Nein, das ist okay, das darf ich legen, weil da steht die Adresse vom besten Laden in der Welt. Guck. Battle Bear. Michael Rivera, Battle Bear. Fruchthalzstraße 31. 67655, Kaiserslautern. Kommen Sie vorbei, kommen Sie ran. Denn Daniel ist der Mann. Du bist unser Mann. Ich habe ganz besonders Post bekommen. Die machen wir auf. Aber erst Intro. Rauf. Also wir haben auf jeden Fall ein Paket bekommen und ganz oben, wer jetzt aufgepasst hat, ja, mit seinen Äuglein. Ich schneide vorsichtig rein. Ganz oben steht A.O.G. Nee, steht da nicht. Da steht. Absolute Objective GmbH und Co.K.G. A.O.G. A.O.G.M.B.H. und Co.K.G. Warum bist du so? Das steht doch da. So. Wir haben einen süßen Sticker. Einmal bitte alle scannen. Dann rate it us. Sehr wichtig und richtig. Und dann gehen wir rein. Dann sind wir Schuhe. Oh. Oh. Okay. Ich weiß, was das ist. Mache ich erstmal auf die Seite. Und dann haben wir. Ei, ei, ei. Wir haben ein paar. Mit paar meine ich zwei. Das sind meine Toploader. Ja, okay. Dachte gerade so. Da ist das zweite. Kiste können wir weg machen. Oh, die sind so schwer. Wir haben wunderschöne Sachen. Wir haben wunderschöne Dinge. Wir gehen direkt rein. Das ist eine wunderschöne Box von A.O.G. Absolute Objective Grading. Ich habe ein paar Karten zum Graden geschickt. Und zwar. Was? Ein paar. Ein paar. Also zwei. Nein, ein paar hätte ich so qualifiziert ab drei. Vielleicht sogar ab vier. Ab vier ist ein paar. Aber ein paar ist offiziell zwei. Ach, du meinst P. Ja, komm. Okay. Das wird gleich geschrieben. Ich weiß, ich weiß. Wir haben ein paar Gradings zurückbekommen. Und wir schauen uns die Gradings an. Oh, wir fangen direkt mit Y.Schwarz an. Holy. Okay. Wir haben wunderschöne Karten, ja. Bei der hier. Ah, das ist sehr traurig. Muss ich die Folie austauschen. Mein innerer Monk lässt das nicht zu. Wir haben hier 98 auf der Surface und 99 an den Edges vorne. Also drei Punkte weg von einem Black Label. Hm. Traurig. Ein bisschen traurig. Enttäuschend. Aber pristine ten Chainsaw Man im Chainsaw Man Rare. Unterschrieben von Chainsaw Man. Vom Chainsaw Man. Cool. Vom Allerechten. Wundert mich, dass die Karte noch ganz ist. Wenn es original unterschrieben von Chainsaw Man ist. Der hat das ganz vorsichtig gemacht. Dann haben wir. Dann Hut ab, dass du das hinbekommen hast, dass vorne die Surface noch hundert hat. Ja. Den vorsichtig gemacht. Ja. Hast du durchgeguckt? Was? Chainsaw Man? Ja. Ja, klar. Ich fand es sehr, sehr gut. Hier genauso. Hunderter all aboard, außer Surface leider. Welcher Leader ist das? Oh, Crocodile. Ich habe alle OP1-Lieder reingeschickt. Das weiß ich. Hier haben wir ein bisschen 93,93. Das ist nur eine Gem Mint 10. Nee, ich glaube, das ist die 9,5, die ich habe. Oh ja, kann auch so. Ich glaube, nee, es ist noch eine Gem Mint. Krass. Ich habe immer das Gefühl, dass Centering nicht so hardcore wichtig dafür ist. Ist es nicht. Es gibt ja so eine Tabelle, wo du nachlesen kannst, welcher Wert welchen Abzug bedeutet. Das sind so Prozentsätze. Und fahren natürlich Surface das Wichtigste. So, dann haben wir hier... Das ist auch noch Gem Mint. Ja. Ich glaube, das ist auch Gem Mint. Jedenfalls nochmal One Piece. Oh, das ist eine sehr schöne. Oh, nee, es ist doch pristine geworden. Raphael Galor. Der ist halt wirklich, 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 wirklich sehr, sehr schön. Ich mache mal, warte. Pristine. Pristine, Pristine. Gem Mint. So, das nächste, was wir haben, müsste ebenfalls eine Pristine sein. Nein. Nee, 90. Edges. Okay, das ist eine Gem Mint. Ja, ist es. Und zwar habe ich das auch beim Reinsenden gesehen. Die Karte hat einfach... Oben ist sie so ein bisschen am Rand ausgefranst. Ich schätze mal, dass da nicht ordentlich gecuttet worden ist einfach. Passiert. Aber trotzdem habe ich sie hingeschickt, weil ich wusste, dass der Rest sehr, sehr gut ist. Und ist ja eine Gem Mint geworden. Für die, die es nicht wissen, das ist die vom First Anniversary Turnier. Man sieht es hier. Ah ja, da unten. First Anniversary Winner. Also eine sehr, sehr coole Karte. Und deswegen wollte ich sie unbedingt zum Graydon schicken. Hier haben wir auch nochmal sehr, sehr gute Werte. 98, 98, 98. 98, where bam, oh, und das ist der ganz Große. Ja, habe ich auch reingeschickt. Du hast quasi einfach mehrere tausend Euro auf dem Postweg jetzt schicken lassen. Ja. Haben die auch gesagt von Auge. Haben sie gesagt, willst du es nicht ein bisschen splitten? Weil wenn die, wenn jemand das Paket in die Hände fällt, der hat Geld. Ja. Der kann auf jeden Fall sich ein paar Displays kaufen. Unglaublich schön mit der Unterschrift von Edgiero, oder? Aber es ist eine pristine Szenen und ich bin unglaublich häppig. Häppig? Häppig. Das habe ich tatsächlich selbst gezogen. Und zwar, Shoutout geht raus. Display ausgesucht von meiner Mom. Das ist auch ganz, ganz wild. 98 und dann 100, 100, 100, 100, 100. Das heißt, zwei Punkte ist es weg vom Black Label. Das ist etwas, was ich hier row to Black Label. Ich möchte, ich habe zu Hause noch so 50, 60 Karten, die ich graden lassen möchte. Aus dem One Piece Universum. Oh. Oh. Halt auch wunderschön. Ich habe das Gefühl, die machen das absichtlich. Die sind die Karten und sagen, nee, du kriegst keins. Die wissen genau, wie der Name draufsteht. Nein. Die sehen so das von Michael. Nee. Das kann keine 10 sein. Bettlebeer, nein. Bettlebeer. 98, 95, 87. Oh, da ist sehr, sehr schlecht. Das könnte deine 9, 5 sein. Das ist meine 9, 5, glaube ich auch. Nein, es ist trotzdem noch eine 10. Krass. Gemmint. Ja. Gemmint. Das ist der Sabo. Das liegt wahrscheinlich an den vielen Hundertern dann trotzdem. Kommt in die Mitte. Ich suche, ich suche halt den Law. Der Law, der muss natürlich ersetzt werden. Vermutlich, der jetzt danach kommt. Oh, das ist auch einfach schön. Das ist nämlich Sabo im Manga Rare. Und hier haben wir 97, 93. Müsste also auch eigentlich eine 10 sein. Oh, das sind die, die getauscht worden sind. Also wir haben Shanks und wir haben Sabo. Leider Gemmint, die zwei in Manga Rare. Und die anderen sind halt zum Glück pristine geworden. Ich packe das mal so ein bisschen auf die Seite. Weil ich habe noch eine Box. Aber dann frage ich mich, was hier drin ist. Was sieht es noch aus? Nee. Das soll jetzt Überraschung sein. Weil ich dachte, also nur für die, die es wissen. Die waren eine 9,5. Haben aber durch das neue Grading-System eine 10 bekommen. Und die habe ich sozusagen zum Cacetausch reingesteckt. Deswegen dachte ich, dass die zwei separat hier drin sind. Macht Sinn, oder? Hast du dich wohl vertan. Was ist da denn drin? Vermutlich der Rest, der nicht da reingepasst hat. Ja, wahrscheinlich einfach nur so. Muss ja. Wir machen weiter mit dem zweiten Stapel. Wir haben hier eine 96, 94. Also wieder eine Gemmint, meiner Meinung nach. Wir schauen rein. Und es ist Doe Flamingo ebenfalls aus OP1. Sehr, sehr schön. Also die Lieder sind alle in der 10 außer der Law. Deswegen, der muss wieder rein. So, hier haben wir auch durchweg gute Werte. 93 ist ein bisschen happig, aber der Rest ist in Ordnung. Webam. Das ist so krass eigentlich. Kozuki Oden. Dass die ganzen schwarzen Karten, also die so viel Schwarzanteil haben, einfach so schlecht sind von dem Grading her. Aber das liegt daran, dass Schwarz nicht gut gedruckt werden kann. Auf dem Schwarzen kommt sehr, sehr oft es dazu zu kratzern. Deswegen, also das habe ich auch sehr oft gehört. Das heißt, wenn deine Karte sehr viel Schwarz hat, ja, dann kann es halt dazu kommen. Hier haben wir nochmal eine 98 und eine 99, also drei Punkte weg vom Black Label. Der gute Kaido. Für das, dass der viel Schwarz hat, ist gar nicht bad. Vor allem vorne war es gut. Ja, vorne extrem gut. Ja. Dann haben wir 98, die Triple 98. Wer kennt sie nicht? Da haben wir eine Pristine, einen Zorro. Den habe ich aber zweimal reingeschickt. Der müsste also nochmal drin sein. Das ist jetzt die 9,5. Ja, das muss es sein. Ja, das ist Law. Der Schandfleck der Sammlung. Nein, Quatsch. Also Law auch sehr schön, aber hat leider eine 9,5 bekommen. Daniel steckt es ein. Kein Problem. Dann haben wir hier nochmal, oh, die ist aber auch, Edge ist auch wild vorne. Deswegen müsste es auch eine Promo sein. Ja, der Monkey, die Luffy. Also die haben wirklich sehr, sehr oft Probleme mit den Edge ist. Warum auch immer. Aber trotzdem noch eine Gem Mint. 10. Hier haben wir, oh, zwei Punkte weg vom Black Label ebenfalls. 98. Der Rest hat eine 100. Oh, Pre-Release-Winner Vivi. Sehr, sehr nice. Packen wir zur Seite. Dann haben wir 94,94. Oh, der ist sehr, sehr cool. Den finde ich sehr, sehr cool. 3 gegen 3 Cup hat man dort, ich glaube, für die Top 64 oder sowas bekommen. Keine teure Karte, aber es ist Chopper. Der sieht cool aus. Der sieht wirklich cool aus. Und dann kommen wir zu den letzten zwei Karten, bevor wir zu den Mystery-Karten kommen, weil ich weiß gerade wirklich nicht, was das sein soll. Es fehlt auf jeden Fall noch ein Zorro, aber das dürfte er eigentlich nicht sein. Nee, ist das nicht. Mankt die die Luffy. Bam. Gem Mint ebenfalls. Packen wir in die Mitte. Und die letzte Karte ebenfalls sehr, sehr knapp. 99,99, 98. ist, oh, Josu. Auch eine Championship-Karte. Deswegen der schwarze Rand. Also dieser schwarz-goldene Rand, den hat man, ich glaube, dann ab Top 64 oder Top 128 oder sowas, gibt es dann die Championship-Promos. So, dann ist da drin dein Zorro. Also Zorro müsste ja jetzt drin sein. Man kann es so rausschauen. Und OP1-Lieder fehlt tatsächlich noch in der Sammlung. Lass mal gucken. Ist es ein Lieder? Mach mal weg. Nein, das ist nur ein Lieder. Also Zorro nochmal, ja. In der Pristine. Aber was, 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 was fehlt hier? Ich muss jetzt selbst gucken. 97, 97, 98, 98. Ah, Kidwinner. Kidwinner-Promo. Ist ja logisch. Den habe ich, nee, den hatte ich tatsächlich gerade nicht im Kopf. Aber ja, das war meine Submission, weil ich gute finanzielle Entscheidungen treffe. Sieht man an dem Format, das du da machst, ne? Auf dieses Get Rich oder noch weniger, nicht? Also, die meisten Karten, also jetzt mal Realtalk, die meisten Karten davon sind einfach gekauft oder ertradet, weil man so einfach, wenn man ehrlich ist, am günstigsten an die Karte rankommt. Ich wollte jetzt was ganz Böses sagen. Ich habe gedacht, nein, lieber nicht fürs Video. Sag es mir nach dem Video. Nach dem Video, so wie steht das. Also, es ist am günstigsten, wenn man sich die Karte einfach, achso, da wäre es noch am günstigsten, wenn man natürlich gut spielt und so ein Privileg auch gewinnt. Ich wollte es gerade sagen, gewinnst du das Ding auch. Aber gewinnen tue ich nicht, deswegen kaufe ich mir die Arena-Orden, ja? Achso. Ich bin der Kyber vom Kyber Corporation. Hab jetzt... Ich kaufe den letzten Blue-Eyes-White-Dragon und zerreiß den, damit ich drei habe. Check. Verstehst du? Ja, so ein Ding ist das. So ein Ding ist das, ja. Also, bis auf den Oda Signs, die ganzen anderen Mangas und sowas, die sind alle gekauft oder ertradet, ja. Also klar, ein paar Lieder sind natürlich selbst gezogen, so ist es nicht. Aber das meiste ist einfach ertauscht oder erkauft. Da bin ich ehrlich. Liebe Leute, es ist auch nicht schlimm, wenn ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Karte graden lässt, die euch emotional mehr oder weniger an etwas erinnert. Wie letztens, hat jemand auch so eine komplett normale Rare oder so? Oder was auch zum Beispiel geht, ist hier so eine wunderschöne Star Wars unterschriebene Luke-Karte. Die macht sich auch sehr, sehr gut in einem Case. Weil das war unser wunderschönes Wochenende in Essen zum Beispiel. Da hat jeder von uns so einen Luke bekommen und der kann auch zu AUG gehen. Oder wie bei dir der Oda, weil die Geschichte zu dem Ganzen wirst du dann nie wieder vergessen. Ja, also bei mir ist es wirklich so geworden, für die, die es interessiert, das sind hauptsächlich Lieder natürlich gewesen. Also ich möchte einfach jeden Lieder von OP1 aufwärts im alternativen Artwork einmal gegradet haben. Wenn es mir möglich ist, natürlich in der 10, wenn nicht, ist es halt so. Die Tatsache, dass ich zum Beispiel noch einen Law zu Hause habe und gegradet, ich werde den natürlich als nächstes dann reinschicken, um zu versuchen, eine 10 zu bekommen. Aber für mich ist das das, was ich sammle, sind eben die Lieder und ich mag dann solche speziellen Karten, sprich Pre-Release-Winner oder Promos, die es für gewisse Turniere gibt. Und für mich ist das einfach so ein Sammeln. Also für mich ist es wirklich egal, ob das jetzt, weil es ein 10 ist, der doppelte Wert ist oder sonstiges. Auch die Oda-Karte zum Beispiel, die hat meine Mom mir ausgesucht aus dem Display und jetzt habe ich die Karte für immer encapsulated. Also da passiert nichts, da kommt nichts dran, kann sie mir schön hinstellen. Und ja, ist irgendwie was Besonderes. Ich finde es schön. Wir lassen jetzt einfach das lieber Lowgraden, weil wir jetzt hier zusammen waren und haben das Video gemacht. Dann denken wir immer wieder daran, wer bekommt ihn? Du. Macht dich bestimmt gut neben dem. Das liebe Low. Ja. Nein. Ja, vielen Dank für deine wunderschönes Abmischen. Geht mit mir nach Hause, ist ja meine Bezahlung dafür, weil ansonsten hätte ich mich ja nett dazu bekommen. Haben wir ja drüber gesprochen im Voraus im Video. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und dann lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, aktiviert die Glocke und so weiter und so fort. Schreibt in die Kommentare und schreibt gerne. Habt ihr auch eine gegradete Karte? Ist ja egal. PSA, Beckett, etc. Habt ihr gegradete Karten zu Hause? Wenn ja, welche? Würdet ihr bei AUG graden? Habt ihr schon mal bei AUG gegradet? Wart ihr schon mal bei einem Event von uns, wo AUG auch dabei war und habt ihr Karten abgegeben zum graden? Schreibt alles gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ja, wenn es wieder heißt, schlaue finanzielle Entscheidungen mit Michael. Dienstags auf unserem YouTube-Kanal Get Rich oder Nisch. Viel Spaß, macht's gut, ciao. Tschüss. Gerne. Warte, kurz. Achso, ich muss die Aufnahme beenden. Passo, ich muss die Aufnahme beenden.